Was ist Glück? Das ist mal eine philosophische Frage, die zu beantworten wirklich was bewirken kann. Indem wir uns nämlich klar oder klarer darüber werden, was Glück alles ist oder sein kann, gewinnen wir eine bessere Vorstellung darüber, inwiefern wir unser persönliches Glück beeinflussen können. Auf die Frage, was Glück sei, gibt es keine einfache Antwort, sondern drei – entsprechend der drei Arten von Glück, die da wären, kurz gesagt. 1. Glück, das uns zufällt – Zufallsglück, wie ein Lottogewinn. 2. Glück, das erlebt wird – Glücksgefühl, wie Freude oder Zufriedenheit. 3. Glück, das von uns angestrebt und erworben wird – Erfolg, wenn uns etwas gelingt oder eben glückt. In diesem Beitrag möchte ich die drei Arten von Glück mal ein bisschen erläutern, basierend auf dem, was ich in einem Seminar über Glück in meinem Philosophiestudium an der Fernuni in Hagen gelernt habe. Auf geht's! Das Glücksseminar ist inzwischen eine Weile her. Geleitet wurde es von Prof. Dr. Busche, der große Begriffe sehr gut zu erklären weiß. Siehe dazu auch meinen Beitrag zur Frage Was ist Kultur? Ausgehend von einem Fachartikel von Busche. Noch keine Bange, das hier wird kein allzu fachphilosophischer Beitrag. Fangen wir mal mit dem Zufallsglück an. Was ist Zufallsglück? Zufallsglück ist die erste Art von Glück. Sie kann uns passieren, noch ehe wir auf der Welt sind. Wenn wir das Glück haben, im Bauch eines gesunden Menschen heranzuwachsen, selbst gesund zu sein, in eine uns liebende und uns fördernde Familie hineingeboren zu werden, dann ist das Glück, das uns zufällt. Zufallsglück heißt im Englischen Fortune. Der Gegenbegriff ist Pech oder Unglück, Miss Fortune. Diese Art von Glück ist gemeint, wenn vom Glückspilz oder Pechvogel die Rede ist. Zufallsglück ist unbeständig, ungerecht verteilt und unplanbar. Glücklich in diesem Sinne ist eine Person, der eine eher seltene Abfolge von guten Dingen geschieht oder passiert, also passiv, ohne dass sie aktiv dafür etwas getan hat. Einfach so. Etwa weil diese Person zur rechten Zeit am rechten Ort war, wie es so schön heißt, oder Glück im Unglück hatte. Beispiele sind das Überleben eines schlimmen Unfalls oder auch das Finden von etwas Gutem, ohne danach gesucht zu haben. Das kann so schleichend geschehen, dass wir unser Zufallsglück oft gar nicht bemerken oder wahrnehmen. Etwa das große Glück langjähriger, treuer Freundschaften. Sich solch vermeintlich alltäglicher, selbstverständlicher, aber tatsächlich sehr glücklicher Dinge bewusst zu werden, dazu hat einst der Philosoph Arthur Schopenhauer geraten, mit sehr berühmten Worten über den Wert der Dinge. Beim Anblick dessen, was wir nicht besitzen, steigt gar leicht in uns der Gedanke auf »Wie, wenn das mein wäre?« Und er macht uns die Entbehrung fühlbar. Stattdessen sollten wir öfter fragen »Wie, wenn das nicht mein wäre?« Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so anzusehen uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten. Und zwar jedes, was es auch sei. Denn meist belehrt uns der Verlust über den Wert der Dinge. Schön. Klassisches Beispiel für Zufallsglück ist auch der Lottogewinn. Lotto! Bei diesem Beispiel zeigt sich mit schöner Deutlichkeit, manches Zufallsglück kann nur Leute treffen, die auch einen losgezogen haben. Wenn das dann nicht mehr ganz so zufällige Glück eine Person trifft, die sich immerhin darum bemüht hat, dann ist im Englischen vom »Luck« die Rede. Doch dieses überhaupt mitzumachen und seinen Hut in den Ring zu werfen, das trifft natürlich auf viele Bereiche des Lebens zu, nicht nur aufs Glücksspiel, das übrigens süchtig und sehr unglücklich machen kann. Nur so am Rande. Mach damit, was du willst. Was ist gefühltes Glück? Das Glücksgefühl ist das von innen erlebte Glück. Irgendwann im Mutterleib beginnen wir daran teilzuhaben. Und kaum sind wir auf der Welt, quietschen wir schon bald vor Freude. Akutes, intensiv empfundenes Glück nennen wir im Deutschen Lust. Dauerhaft gefühltes Glück bezeichnen wir als Lebensfreude oder Zufriedenheit. Die Lust ist meist eine kurze Angelegenheit, die Lebensfreude hingegen ist weniger intensiv und geht auch mal mit Phasen der Unlust einher. Im Englischen sind Glücksgefühle als Joy oder Pleasure kurzweilig bzw. als Happiness dauerhaft bekannt. Glücklich sein infolge einer Gefühlslage oder inneren Stimmung heißt »to be happy«. Glücksgefühl kann viele Ursachen haben. Eingeteilt nach den drei Kategorien Körper, Geist, Soziales ließe sich etwa sagen, zum erlebten Glück tragen bei 1 körperliche Tätigkeiten wie Sport, Sex, Schlaf, 2 geistige Tätigkeiten wie Lesen, Meditieren, kreatives Schreiben und 3 soziales Miteinander. Ich persönlich bin immer sehr glücklich, wenn sich Leute für meinen Online-Kurs interessieren. Zum Thema, wie schreibt man überhaupt die Skripte für solche Erklärvideos oder Edutainment-Videos. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann schau einfach mal rein, der Kurs heißt Eva und ist unten verlinkt. Doch all diese Äußerlichkeiten gehen ins Leere, wenn keine innere Quelle erlebten Glücks gegeben ist. Gemeint ist die Fähigkeit, Freude überhaupt empfinden zu können. Die Fähigkeit, Glück als solches zu bemerken, zu erkennen und zu spüren, die nun mal nicht alle Menschen gleichermaßen innehaben. Die Veranlagung zum Erleben von Glück ist sehr unterschiedlich verteilt und die Verteilung dieser Anlage wieder eine Sache des ungerechten Zufallsglücks. Interessant, welche äußeren Ursachen zum Glücksgefühl einer Person beitragen, kann einiges über deren Charakter verraten. Zum Beispiel, ob diese Person eher Wert auf soziales Miteinander legt, oder auf geistige Betätigung, oder auf körperliche Ertüchtigung, oder alles will, oder lieber Verzicht lebt. Mehr dazu im Beitrag über Philosophien des Verzichts oder eben der Lust wie Epikoirismus und Hedonismus. Kommen wir zum erworbenen Glück. Diese Art von Glück können wir erst erleben oder erfahren, wenn wir anfangen, danach zu streben. Spielerisch tun wir das schon als Kinder. Gemeint ist das Gelingen oder eben Glücken von Aufgaben bzw. das Erreichen von Zielen. Im Englischen heißt es »to succeed«, was zum »Success« führt, was wir dann im Deutschen wiederum mit »Erfolg« übersetzen. Sprichwörtlich ist vom Schmieden des eigenen Glückes die Rede. Gegenbegriffe sind etwa das Misslingen oder Missglücken, das Scheitern. Glücklich in diesem Sinne ist, wer sich für etwas entscheidet und handelt und damit Erfolg hat. Was ist Erfolg? Als Erfolg gilt, was angestrebt und erreicht wird. In der Schule können das zum Beispiel gute Noten sein. Im Beruf mag es als Erfolg gelten, etwas zu verkaufen. Und für Kinder kann es schon ein Erfolg sein, aus einem Becher zu trinken, zum ersten Mal, ohne sich nass zu machen. Über das erworbene Glück können wir, sofern das Zufallsglück etwas mitmacht, ein bisschen Kontrolle gewinnen. Das Glücken von Zielen wird nämlich umso wahrscheinlicher, je mehr Energie und Zeit wir in Fähigkeiten investieren, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen. Und das wiederum kann dann eine Quelle für erlebtes, empfundenes Glück werden, für Happiness. Insofern haben wir also durchaus die Möglichkeit, ein bisschen unser persönliches Glück zu beeinflussen. Deshalb liegt auf dem erworbenen Glück auch der Schwerpunkt vieler Ratgeber zum Thema Glück, der Philosophie des Glücks und übrigens auch meines Blogbeitrags zum Thema Glück, der weitausführlicher ist als dieser Beitrag hier. Wer also mehr erfahren möchte, möge im Blog weiterlesen. Der Beitrag ist unten verlinkt. Hier noch ein paar Videos, die dir gefallen könnten. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wie immer, gerne Däumchen nach oben. Wenn noch nicht geschehen, gerne Kanal abonnieren, mit Glocke an für alle Benachrichtigungen, Feedback und Fragen wie immer gerne in die Kommentare. Ich sage danke fürs Aufmerksam sein. Zuhören? Aufmerksamkeit? Danke für alles und bis zum nächsten Mal.